Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars The Force Unleashed. Und ja, wir sind hier auf dem Todesstern, kämpfen uns hier immer noch ein bisschen durch und... Oh, da ist ja was. Da ist gar nichts. Ich korrigiere mich. So, Laserstrahl, wo gehst du jetzt wieder lang? Es ist nur einer von 64, die alle zu einem einzigen riesigen Strahl zusammenlaufen. Unvorstellbar, was das Imperium damit anrichten könnte. Ihr müsst einen Weg auf die zentrale Plattform finden. Die Beobachtungskuppel des Imperators liegt dahinter. Die Pläne zeigen Graviton-Strahlen in dieser Kamera. Könnt ihr sie aktivieren? Weiß ich nicht. Wo finde ich die denn? Ich mach hier ein Ding kaputt. La, 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 la. Du bist weg, und du bist weg. Ach, Mann. Da war ein imaginär in Ecken hängen. Okay, der Strahl geht gleich hier durch. Es war jetzt also einer von... Äh, 64? Hab ich das richtig in Erinnerung? 64? Ist natürlich auch wunderbar. Oh, da unten kann ich auch lang. Oh. Ich möchte mich ja hier oben noch umsehen, solange ich es kann. Warte. Nein, 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 nein. Hier hin. Ah, nein, verdammt. So viel dazu, dass ich mich gerne oben noch umsehen möchte. So, wenn ich das kann. Oh mein Gott. Ich hab nicht damit gerechnet, dass so ein Vieh hier unten ist. Sogar noch ein zweites. Oh. Jetzt muss ich erst mal nachladen, nachladen, nachladen. Na schneller, na schneller. Nicht ihr sollt feuern, nur der Laserstrahl. Och, jetzt bist du nicht mal bald. Ja, 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 nein, da, da, verdammt. Mist. Nochmal. Nochmal putzeln. Und jetzt so. Gut. Dann ist einer von zweien schon mal erledigt. Hier unten dürfte ich ja auch sicher sein. Von den Angriffen, also von dem Strahl, denke ich mal. Wo ist denn der andere hin? Äh, doch nicht so sicher. Hä? Da waren definitiv zwei. Was ist denn der andere hin? Hier unten passiert doch gar nichts. Noll. Muss man nicht verstehen. Kann ich den irgendwie... Was muss ich denn machen? Das dann nicht. Hitzeln. Äh, brutzeln. Ah. Nach innen. Oh ja, ich hatte irgendwas gemacht, ne? Hier kann ich ja sonst nichts weitermachen. Ich denke mal... Ich denke mal... Wow. Wow. Wow, ist das cool. Kann aber nicht... Ich kann mich nicht bewegen. Das ist gerade das Problem. Wow. Ja, mach noch höher. Wie gesagt, noch höher. Wow. Wow. Nein. Nein, 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 nein. Nein. So, in den Strahl rein. Wo ist der andere? Wo ist... Wo ist hier... Ach, da ist er. So, du gehst auch in den... Äh, du gehst nach unten. Ach, hier sind noch so viele. Da ist noch ein Holo-Dingens. Da drin ist auch noch eins. Da unten sind welche... Auf die Plattform muss ich ja. So. Bin ich hier eigentlich sicher? Ich hoffe es. Warte mal, wer hat hier... Wer hat hier geschossen? Nein, nein, nicht hier. Genau. Oh, da oben ist ja auch noch eins drauf. Da oben ist ja auch noch eins drauf. Okay, wie komme ich denn da hin? Ich denke mal, mit Hilfe von dem, oder? Irgendwie... Ich komme ja noch weiter hoch. Warte, vorsichtig, 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 vorsichtig. Komm ich da irgendwie... Nee? Wie kommt man denn da hin? Komm ich da irgendwie... Ah, ah, okay. Ich hoffe, das geht. Uah, nein, verdammt, verdammt, verdammt. Ähm, verdammt. Ja. Ähm. Ich wollte genau hier hin. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nichts. Wow. So viel dazu. Weg. Oh, das kann ich ja leider nicht auf die Weise... Oh, zwei Stück. Ich habe ja komplett jetzt gerade den Überblick verloren. Ach so, jetzt... Ja, jetzt fliege ich wieder nach oben. Ähm, ja. Das ist ein einziges Kuddelwuddel. Um es schön auszudrücken. Genau, hier drauf wollte ich. War ich genau... Äh. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Genau hier. Und dann wollte ich nämlich... Hier nach oben. Verdammt. Ich dachte, er könnte einfach... Wie lang? Mist. Muss ja doch anders gehen. Ah, da kann ich mir das schon mal holen. Nein, 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 Feuer. Okay. Okay, das habe ich ja schon mal... Wow, wow, wow. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Dann gucke ich mich mal hier um. Was es hier so Feines gibt. Wie zum Beispiel ihn hier. Da so Feines gab er. Das habe ich doch gerne. Ich klicke echt nicht mehr durch, auf welcher Ebene ich schon war und auf welcher noch nicht. Aber muss man das? Ah, ich wollte gerade hüpfen, du Sau. Wer war das? Drei, zwei, eins, Feuer. Wer war das? Ah, da hinten, du. Nee, ich hätte es doch bemerkt. Na, warte mal, da ist doch irgendwo... Ah! So, der wurde erledigt. Ganz dezent jedenfalls. Der ist, ähm, und... Keine Ahnung, worüber gestolpert. Oder er wollte eine ganz coole Flugrolle machen, hat aber nicht so ganz funktioniert. Ah, da hinten ist auch noch eins. Und hier sind die zwei netten Herren. Nein, 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 nein. Ich sagte nein. Das ist ätzend, wenn die Schocktypen dabei sind und dann noch so ein Vieh. Das ist richtig doof. Aber dich kriege ich. Stück für Stück, aber ich kriege dich. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen und warten. Nein, 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 weg, 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 weg. Nein, 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 lass das. Ah, ah, das hat mir gar nichts abgezogen. Also so gut wie gar nichts. Okay, kann ich mitnehmen, dass es mir kaum was abgezogen hat. Okay, hier ist nichts. Ja, da muss ich ja hin. Da habe ich auch schon gesehen, dass da noch ein Holo-Dingens ist. Darüber sehe ich jetzt eigentlich nichts. Nein. Da oben halt noch dieses eine. Weißt du halt nur nicht. Oh, und du noch. Ich weiß halt nur nicht, wie man dorthin kommt. Wie kommt man dorthin? Irgendwie muss man doch da drauf kommen. Da drin ist ja auch noch eins. Das drinne ist weniger, das Problem. Ja, das macht ja nur in die Richtung. Verdammt. Mist. Ich kann halt nichts machen. Wow, 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 wow. Das hätte funktionieren können. Das hätte echt funktionieren können. Oh, ich bin drauf, ich bin drauf. Ich bin drauf. Du musst nicht runterfallen, bis ich das da habe. Puh. Oh, schwarzer Licht. Kristall, den rüsten wir direkt aus. Sind wir nicht nett? Haben den einen einfach im Countdown unterbrochen. So was haben wir? Wir haben den roten. Instabiler, kombinierter, gelber, goldener, keine Ahnung. Goldener, 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 grüner, blau, blau, blau. Und schwarzer. Wir nehmen jetzt den. Ja. Und kümmern uns direkt um Machtupgrades. Ne, das bringt noch nichts. So, jetzt muss ich mich orientieren. Wohin muss ich jetzt gehen? Ich denke mir, ich habe jetzt hier alle. Ich muss nach dort unten. Okay. Also, ich vermute es, dass ich jetzt alle habe. Sicher bin ich mir nicht. Bestimmt, habe ich irgendwo was übersehen. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Dass ich alles habe. Ich habe schon mit irgendwas gerechnet. Aber nicht, dass es dann doch sowas wird. Hier ist dann noch irgendwer, der mir noch so auf die Eier geht. Wenn ich mir noch zusätzlich auf die Eier geht, sagen wir es so. Ja, klar. Ja, natürlich. Klar. Ich hoffe, es hat nur gespeichert. Ich hoffe, es hat nur gespeichert. So, das habe ich schon mal. Und das habe ich jetzt. Gesundheits-Aura. Zustands-Aura. Wow. Das ist echt gut. Es ist halt nur blöd, dass es... Es ist halt immer wieder so ist, dass, wenn ich angegriffen werde, ich halt einfach nichts abhauen kann. So, deine Hand lang habe ich schon mal. Oh, das schwarze Schwert ist... Äh, schwarze, die Schwert sieht echt cool aus eigentlich. Ja, komm her. Los. Oder muss er jetzt bleiben? Nein, du machst irgendwas Böses. Wie ich nur darauf kommen konnte. Ja. Es wird, es wird, es wird. Vor allem, wenn ich dich in der Ecke dränge. Ist er erledigt? Ah, jetzt. Jetzt kommt die Abschlusssequenz. Hast du ihm jetzt einfach das Genick gebrochen? Du wirst immer cooler, weißt du das? Ach ja. Ich hatte doch immer überlegt, wie er heißt, ne? Und dachte ja die ganze Zeit, dass er eigentlich gar keinen Namen hätte. Beziehungsweise der halt nie genannt worden ist, etc. pp. Und, ähm, der wird sogar mal genannt. Ich glaube, also mir ist das zumindest das erste Mal aufgefallen, als er, ich glaube, das erste Mal aufs... auf dies... ähm, auf dem Planeten ist, wo er gegen Shakti dann kämpfen muss. Ähm, er heißt quasi Starkiller, hat aber eigentlich noch einen anderen Namen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber, ähm, sein... sein Nickname, Nickname, ist quasi Starkiller. So. Wie komm ich da jetzt rein? Ach, wahrscheinlich drehen. Deswegen wurde es so dezent in der Videosequenz gezeigt, nehm ich mal an. Gut. Dann kann ich ja jetzt wieder gleich einen Schnitt setzen, denke ich mal. Oder? Ja, ich bin fast da. Ja, ich bin fast da. Ich spiele Raiders. Ja. Die Beobachtungskuppel des Imperators sollte jenseits dieses Lifts... Ihr alle habt das Imperium verraten. Man wird euch befragen. Foltern. Ihr verratet mir die Namen eurer Freunde und Verbündeten. Dann werdet ihr sterben. Unser Tod wird anderen den Weg weisen. Eine sehr öffentliche, sehr schmerzhafte Hinrichtung wird ein Beispiel für die übrige Galaxis sein. Es gibt vielleicht doch eine Rebellion. Lord Vader. Nehmt euch des Jungen an. Ich habe dich gut ausgebildet, aber du musst noch viel lernen. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Ähm, ja, ähm, 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 ne, ich glaube, ich habe keinen Schnitt gesetzt, weil das wäre so komisch. Dann hättet ihr wahrscheinlich gedacht, dass ich mittendrin einfach quasi Schnitt setze oder abgeschnitten hätte. Dabei ist ja die Videosequenz gekommen und ich weiß es nicht. Ey, ich habe gedrückt, ey, ich habe, ey, ich habe gedrückt. Oh man, ich komme mir eben so cool vor. Ja, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Aber ich weiß gar nicht, wie ich gegen Vader kämpfen soll. Das ist doch mein Mentor. Wie soll ich das nur machen? Wie kann ich, oh, ich habe hier ja schon Sachen abgezogen. Das ist, oh, und dann noch in diesem Gang drin, ne? Ja, schon wieder nicht, angeblich. Kann ich mehr als blöd. Ich habe hier ein bisschen angestupst von hinten. Nein, tut sie nicht. Nein, nein, tut sie nicht, wie gesagt. Verdammt, ich habe kein... Ah, Mann. Ah, mal jetzt unbegrenzte Macht, das wäre toll. Nein, 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 nein. Ha, diesmal. Diesmal hat es funktioniert. Was? Was machst du? Lauf damit. Lauf damit. Da geht er einfach weg. Ach so, ach so, ja, schön. Ähm, ähm. Ähm. Ich versuche das jetzt einfach so, ne? Wenn er nichts macht. Wow, wow, ist ja bei einer. Nein, warte, 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 warte. Ich brauche, ich brauche erst mal wieder Macht. Er macht nichts. Ach, der war irgendwie betäubt oder so? Okay. Ja, du wirst sterben wie dein Vater. Ja, du hast ihn ja umgebracht. Oh, ich habe dich ja gesteuert, als du ihn umgebracht hast. Nein, 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 nein. Ich zeige dir die wahre Herrschung der dunklen Seite. Nein, tust du nicht. Wow, 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 lass das. Seriously? Seriously? Nein, das wird mir zu heiß. Nein, 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 nein. Ja, toll. Jetzt, aua. Ah, das, das, ah, das ist mir zu heiß. Das ist mir alles zu heiß hier. Ah, das ist unfair. Ach so, oh, ich kann hier gar nicht runterfallen. Sag mir das doch, wer. Ach, ja. Ja, natürlich. Nein. Och, Mann, jetzt lass das doch mal. Das ist unfair. Das ist echt unfair. Ich habe immerhin mein schwarzes Laserschwert, dingens. Ja, jetzt komme ich hier noch nicht mal weg. Was soll denn das? Anderer Kampfmodus. Den ich nicht gewinnen kann. Oh, das ist doch unfair. Als ob ich noch gewinnen kann, ne? Ich zeige dir die wahre Hörbsche an der dunklen Seite. Okay. Diesmal habe ich aber besseres... Habe ich ein bisschen besser... Besser Glück hier. Äh. Bessere Voraussetzung, meine ich. Besser Glück. Oh, mein Gott. Ich kann schon nicht mehr reden. Geh weg. Geh weg. Geh weg, Meister. Ich möchte dir auch nicht wehtun. Ja, eigentlich schon, aber... Na, komm. Ach, verdammt. Genau im verkehrten Moment. Zu früh gesprungen und genau dann, als ich wieder die Möglichkeit hatte... Nein. Nein, 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 nein. Nein. Wow, der war gut. Nein. Ich hänge hier fest. Habe ich das Gefühl. Ah. Nein. Nein. Wart. Was? 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 Bin ich schon fertig? Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017